Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier im Let's Play Ratchet und Clank. Uh, äh, nicht Rift Apart. Wollen wir auch nicht Rift Apart, dann nennen wir den Rift Apart es nicht. Bei der ersten Teil. Oh, kann man mit der reden? RIDA für deinen Roboter im Tausch. Hm, okay. Ratchet. Hey, war nur Spaß. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Was ist RIDA überhaupt? Reiß ihn dir auf, Mann. Was hast du zu mir gesagt? R-I-D-A Reiß ihn dir auf, Mann. Das ist der mächtigste Raketenwerfer der Galaxie. Der ist einen Haufen Bolts wert. Er muss ihn von dem Blark gestohlen haben. Gestohlen? Hör zu, du Mülleimer. Hab ich gesagt, er wäre heiß? Pass auf, was du sagst, Sans. Warte, ich weiß schon. Reiß ihn dir auf. Auf 10.000! Komm auf dich zurück. Wo ist er? Ich komm, äh, die, 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 die 15.000 sammle ich auf jeden Fall. Den will ich haben, den Raketenwerfer. Den cool ich mir. Danke, ich komm, ich komm auf dich zurück. Da war sowas von. Ah, ich bin ja bald bei... Bei 9.000. Genau. Ah ja, okay. Reiß ihn dir auf, Mann. Nice! Ja, dann geht er nicht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Allein schon für die Boss-Fights. Für die, für die, ähm, ja. Und ihr werdet echt helfen. Dann wird mir das sogar sehr viel Arbeit abnehmen. Ja, natürlich. Also mehr konntet ihr nicht finden, ne? Ich frag ja mal. Also mehr Gegner konntet ihr jetzt nicht finden, ne? Die wir da rum bauen. Du willst mich doch... Ich will mich doch ärgern. Warte. Das machen wir jetzt ganz gechillt. Nein. Hecht. Dann. Hey. Weiß. Okay. Nice. Hier noch den Rest von One-Sit-Schlüge, das ist nicht ein R, weil ich hier einmal nicht getroffen habe. Oh Gott, okay. Ah, ah, ich glaube, ich weiß, was ist passiert. Ich habe mir meinen Todeshandschuh. Ah, ich habe mir das so gedacht, geil, okay. Dafür müsst ihr früh aufstehen. Sehr gut, okay. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, deswegen Todeshandschuhe. Der ist schon praktisch. Ich brauche einen Raketenwerfer. Den brauche ich safe. Den brauche ich. Haben wir nochmal bei uns auch. Wir machen ja noch das Hoverboard-Rennen. Vielleicht kriegt man da ein bisschen Geld. Also den muss ich mir auf jeden Fall holen. Dann müssen wir nochmal dahin. Ich hoffe, wäre irgendwie ein bisschen doof, wenn ich dann mal deswegen zurücklaufen muss. Aber im schlimmsten Fall müssen wir das tun. Das führt leider kein Weg dran vorbei. 15.000 habe ich nicht. Und ich brauche diesen Hoverboard. Naja, Hoverboard, diesen Raketenwerfer. Ich weiß zwar nicht, wie oft ich den benutzen werde, aber haben möchte ich den. Ähm. Ah. Oh mein Gott. Und wie öffnet das was? Taktik. Taktik. Verdatsach. Was ist mein reasonably? Verdatsох. Verdatsch. 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 Nice. Ah, okay. Jetzt haben wir das geschafft. Also jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich noch weitermachen möchte. Und ob ich jetzt gut sein lasse, ne? Jetzt könnte ich wohl den Zusatzweg machen. Können wir kurz machen. Weiß ich. Na egal. Haben wir. Alles gut. Hier ist easy gewesen. Na ja. Aber ein Todeshandschuh wäre. Können wir den nicht schlecht? Easy, easy, easy. Ganz ruhig. Ja, nein. Wir machen das. Ah, geil. Oh ja, jetzt gibt mir das Geld. Oh, das Geld. Oh ja. Was ist passiert? Oh. Oh. Nice, okay, nice, wir haben alles. Ja, was jetzt? Moment mal. Ja, was jetzt? Hangebagen. Okay, das ist zu dir gehen. Okay, oder? Jetzt weiß ich wie. Na, warum rutsche ich ab? Ach nie, ich weiß wie, ach du Scheiße. Okay. Ah, okay. Nice. Wo ist das Ding da hinten? Wir holen es uns. Alle Zeit der Welt. Alter. Da geht dir echt der Arsch aufgrund aus. Komm schon? Ja. Okay, noch eins. Komm. Noch eins. Wir haben es. Nice. Oh, Goldbeut erhalten. Sehr gut. Oh, ich blaster mir. Und auch ein bisschen Geld. Die sind nur 5.000 Fans. Klingt doch machbar. Ah, da können wir den... Nein, da können wir den Ohr. Das ist 아니라 Licht oder wirklich. Zieh. Jetzt entsp hats. Was ist das? Du mal zu? Oh. 52. Musik. Ja! 45.000 Fans. nein okay man hat es mir scheiße naja gut egal wir haben das erste ziel erreicht wie es mir scheint willkommen bei hoverkunde in intergalaktischen hoverboard meisterschaften captain quark verleiht dem sieger des wettbewerbs einen brandneuen platin sumerator ein platin sumerator das sollte es gibt agent doch beweisen was du wirklich drauf hast nicht wahr warte mal meinst du etwas geht mac max ja es geht konnte nicht kommen deshalb sind wir hier um für ihn einzuspringen das werden wir ja sehen am renntal nicht mehr natürlich hm na was ja 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 na beenden das renn mal jetzt haben wir es nochmal okay jetzt geht es los ich habe gedacht da kommt dann irgendwie mal los geht es und so ach du scheiße das habe ich schon nicht mal gesehen ach komm das ist einfach blöde oh gott da muss man gewinnen oh ist das ein scheiß dran das ist jetzt ein scheiße oh ne oh ne da muss man gewinnen scheiß ich habe doch gedrückt doch ja es könnte doch gar nicht steuern den scheiß ey ah ne doch nicht sowas ey ja das habe ich schon mal damals zum letzten mal gesagt als das zum ersten mal angesprochen wurde ob ich das geil finde entscheidend gespielt hat und nein ich finde es nicht geil ohne witz ich bin doch oh alter bin doch mal vorne Alter was ist denn für ein Mist drin warum muss man ein renneinbomben wenn es nicht hinkriegt ich meine ja es ist ein ps2 spiel aber bitte warum muss man ein renneinbomben müssen warum wird die schneller als ich ich hab das scheiß ich hab die taste gedrückt ach komm schon ey ey das ist ja das ist ja macht gar keinen spaß ganz auf nicht naja ganz auf nicht komm ich hab gedrückt ja wann soll ich denn sonst drücken oh ja das kannst du doch kann doch ganz steuern scheiß oh mein ja oh alter kannst du vergessen weil du zu oft stirbst ey komm ja nicht mal über die oh ich glaub das ist ja die schlimmste folge die Ratchet & Clank man war ja in jedem so schnell ja ja mach so ja 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 kann ja gut sagen kann ich super steuern das macht richtig spaß oh Alter ohne Monster ja kann ich schon wieder vergessen ich weiß gar nicht Alter wird's ein bisschen rennen ey und vergessen oh Moment mal geht das geht nicht ne das muss aber gehen ja wie soll ich das steuern wer denkt sich denn so ein scheiß rennen aus oh Alter bin ich gut weggezogen wer denkt sich denn so ein scheiß rennen aus ohne witz das macht danke super doch ich bin gleich wieder 5 da ja toll oh was ist das ein scheiß rennen ohne witz Entschuldigung aber das macht halt das macht halt überhaupt das macht halt keinen spaß ohne witzes macht auch absolut nicht ein bisschen spaß das ist einfach nur scheiße jetzt kann ich mich schnell sagen vielleicht fahr ich mal einfach und guck mal ob ich du gewinne ohne guck weiß nicht wie gut es macht ja bitte du musst ja noch ein bisschen äh wow Alter das ist halt echt ein schiss man äh ja ja bitte verteilt die scheiße und ja spaw mich direkt davor hm tolle Idee du kannst ja gar nicht mehr aufbauen du kannst ja gar nicht mehr aufbauen du gar nicht mehr weißt wo die dinger sind runde 1 achso drei runden auch noch oh ne ja super das wollte ich nochmal drei runden lang fahren das kannst du vergessen weil das ok aber eigentlich geht es ein schönes rennen ich war doch drüber Alter also oh ey ich hab das nicht erwischt dann geht es natürlich nicht oh ne ja du bitte das ist halt echt ein echt ein Mist also achso ja wie denn hallo ja ich bin dann wieder fünfter allein du stirbst einmal fünfter und dann sind sie auch weg weil die halt perfekt fahren irgendwie ja wie denn wie wenn man das so beschissen dann nicht Alter wie soll ich das machen ey und den speichern muss man gewinnen damit man überall spielen kann ey was ist denn scheiß bis jetzt hab ich immer gesagt na ja Gott ist es ja bin ich schon wieder vergessen weil ich bin der hallo ich will das neu machen ja danke warte dann kann man das neu starten und ich wie manche andere spielen ja danke und wieder vorne ja das ist ja super das macht richtig laune alter spiel da hat man sich ja wenig was tolles ausgedacht ich glaub da war noch mal die stolz drin was er fertig gemacht hat ey nein ohne witz ja da muss ich schon früher rüber ziehen oh god du musst halt wirklich wissen wie du fahren musst ey ne das ist mir zu das ist also ohne witz warum muss man sowas einbauen in ein spiel was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist ich hab doch rüber gezogen was ist denn ja danke was ist denn das ja natürlich ich finde es auch gut dass die halt perfekt fahren ne die ball an der mobilen so gegen die spacken hier aber du bist ja gleich 5 da du musst heißt das muss ja bedeuten dass die halt ja warte mal fahr durch ich hab ne weh oh Alter das ist ja keine rennen das ist auch keine rennen fahren das ist auch also die Versace sind da das ist okay oh Alter lass das doch bleiben mit dem rennen ey ohne witz das ist so damn okay mal gucken ob das so vielleicht besser geht das ist halt so nö tja super toll oh das ist so eklig das rennen das ist das ekligste rennen als ich hier gefahren bin ich bin gesprungen ja fünfter fick dich fick dich spiel das hat nicht gepasst fick dich spiel ganz ehrlich fünfter instant fünfter fünfter also fünfter einfach fünfter mhm 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 fünfter bist immer anders du sofort letzter bist ne in meinem Sinne ist es ja Mario Kart und scheiße das ist echt Mario Kart und scheiße das ist Mario Kart und scheiße das ist Mario Kart und scheiße als ob jemand gesagt hat hey machen wir das was Nintendo macht nur wir machen das halt scheiße das ist halt tatsächlich doch eigentlich ist Mario Kart und scheiße oh die scheiß Edition von Mario Kart oh ne bitte ne oh ja ja du musst so dermaßen gut okay mit so machen du musst so dermaßen schnell lenken das ist halt irre dann fährst du auch auf der mann langsam aber na gut ja ich kann mir doch hin keine ahnung wo würde ich jetzt gehen aber also ne das ist bitte nicht oh ja na gut das gibt's halt oh und dass man die auch so beschissen warum muss man die so beschissen hinbauen ja direkt davor was soll ich denn da machen warum muss man die denn so beschissen hinbauen wenn man keine vernünftige Steuerung dafür bauen kann ich meine okay es ist ja PS2 das verstehe ich ne es ist absolut okay ich verstehe dass es ein PS2 Game jetzt hier nicht krass sein kann aber dann baut doch wenigstens die Dinger so normal hin dass man das auch menschlich schaffen kann ich meine die wo wir jetzt hier anders platzieren können ich meine das hat ja jetzt mit PS2 und sonst was nichts zu tun als man das wenigstens normal spielen kann ne nein wir müssen wir müssen ja ne 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 weis ne challenge machen ne challenge kannst du auch nur machen wenn die Steuerung halbwegs herber auch rum kommt was ich jetzt noch aufhören kann Ich weiß nicht, das muss ich auch nicht. Ich vergesse mit Auffangen. Wo ist das denn? Ich glaube ich in der ersten Runde schaffen. Wenn wir wieder auf die Idee, Mist-Idee kam, ne? Ah, okay, ich will ihn mal Auffangen. Ah, das hat ihn vergessen. Mal gucken, was passiert, man verliert. Mal gucken. Mal gucken. Oh, Alter. Aber ich darf halt nichts treffen, ne? Du musst halt durchgehend hohe Geschwindigkeit halten. Super. Hä? Ich habe mich überrundet. Wow. Ja gut, also eine, eine, also mit wie, wie ich gefahren bin, also dauert das Rennen vielleicht eine Minute. Ah, sehr gut, jetzt haut ihr mir noch den Weg. Ah ja, geil. Alter, warum sind die jetzt schneller als ich? Ich habe X gedrückt. Alter, es ist da ein Mist-Rennen. Alter, das macht doch keinen Spaß. Ernsthaft nicht. Wer sich das, der da dachte, das macht Spaß, ganz ehrlich, der hat auch Spaß auf Legu-Scheine zu treten. Nein. Das macht... Ja, super. Und den Scheiß musst du machen. Muss man das machen? Ja, ne? Ja, warte mal. Man muss es machen, ne? Nein. Ja, natürlich. Man muss es. Es ist wichtig. Ja, damit du weiter als dein Profi bist, hm? Das ist cool. Äh. Ey, ne, das ist so ein Müll. Neustart. Neustart! Danke. Macht Spaß. Alter, noch nie so viel Spaß in meinem Leben gehabt. Neustart. Ne, also, ohne Witz, das ist halt Schrott. Bei aller Liebe, das ist Schrott. Also, das ist wirklich reinster, reinster Schrott. Weil wer da denkt, oh ja, das ist eine tolle Idee. Allein, weil du dich auch so scheiße steuern lässt. Das setzt sich halt wirklich nicht mehr... Warum kann ich nicht beschleunigen? Ich meine, warum hat man kein Beschleunigen eingebaut? Warum hat man das nicht wie ein Auto gemacht? Das wäre etwas unrealistisch, dass ein Hammerbord nicht wie ein Auto fährt. Das wäre aber spaßiger. Oder irgendwas anders als so ein Mist. Ich meine, die ganze Zeit lobe ich dieses Scheiß-Game. Das machen wir mal so. Ich meine, dem ist ja nicht schlecht. Oh, Alter. Ich muss mal gucken, ob er irgendwie den Tipp holen kann. Wie man das schaffen kann. Und da irgendwie einen Trick hat. Ich mach nochmal einen Try und dann gucken wir mal auf YouTube, ob da einen Trick gibt, wie man das gut schaffen kann. Ah, guck mal nochmal. Also, es muss ja einen Trick geben. Ja, allein auch das, ne. Warum haben wir nicht alle gleich dann gemacht? Nein, das meine ich ja. Das ist... Oh, danke. Das ist... Das ist bei aller Liebe. Nicht wo ich es sage, ich habe da will ich. Ja, danke. Danke du Arschloch. Super. Ja, kickt er mich weg. Ja, toll. Danke. Keine normales machen. Super. Das ist ja toll. Schön, dass wir uns auch wegkicken können. Ich finde es auch noch nicht schwer genug. Nee, das ist doch viel zu einfach. Am besten, ihr könnt mich noch abschießen. Das wäre geil. Schade, dass das nicht geht. Dass wir mich nicht abschießen können. Das wäre also viel zu einfach. Wirklich. Also müssten sie sich schwerer machen. Nee. Ach, wirklich. Also nee. Das sind ja die schlimmsten. Ey, ohne witzig. Das wäre die schlimmsten Ratchet & Clankfolge für mich. Ja, weil es sich genau mittig war. Entschuldigung. Dem ist mein Maßband mit. Für dieses scheiß Rennen. Warte. Oh, wir sind insomniac. Wir können rennen. Nee, ihr könnt ja nicht. Boah, leider. Das ist nämlich ein Schrott, ist das. Alter. Ich habe ganz ehrlich gesagt, die machen hier einen auf Nintendo. Weil es bei Nintendo... Also bei Nintendo, da hast du wenigstens jetzt eine Bremse. Hast du hier ja nicht. Also... Nintendo hat sich dabei was gedacht, als die die Gasse Bremse eingebaut haben. Das ist ein... Oh, ja. Oh, Alter. Das ist doch so eine Sche... Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass sie sich da wirklich orientiert haben. Weil vom Prinzip her ist es tatsächlich so. Da gibt es auch Booms und so. Gut, da gibt es keine Sprengfallen, die da ausweichen muss. Ich meine, ich erkenne Mario Kart. Ne? Aber wenn... Also warum auch? Also warum nicht immer was Normales machen? Nein! Ich meine, das war damals ja... Ich meine, damals war es groß im Kommen und so ein Scheiß. Aber warum machen die nicht einfach was Normales? Also Spaß macht das doch... Also wer denkt denn jetzt so, das macht richtig Laune? Ja. Also, ne? Wo man jetzt wirklich sagt, Mensch, das ist halt wirklich eine tolle Mission. Oder geil. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das sagt doch kein Mensch. Wow, wow, Alter, ich habe ein Scheiß-Rennen gemacht. Ja, du musst ja am Fünfter. Instant. Ich meine, das ist doch... Was ist das denn eine Scheiße? Und wie... Warte mal, kann man da irgendwie mal was dran drehen? Ich muss ja echt mal gucken, Kamera. Ich muss ja auch mal was dran machen. äh, warte mal, Hoverboard kann man das Ding irgendwie mal regulieren das ist ja ne Scheiße, die Steuerung aber ich schätze immer, dass das auch so gut im Rahmen springt wenn du R1 und R2 und R2 Führe ich Trick aus, ach so das ist doch Müll Mann, wir haben auch Tricks ausführen danke, wir sind bereit, dass ich das normal schaffe so, ich habe mal ein Video eben eingeguckt ok ich kann mal versuchen nachzubauen, aber ja, also das Problem ist, ich komme mit der Steuerung schon nicht zurecht äh, also ich habe jetzt gesehen wie, wie man spielen kann äh, das ist dumm äh, ich habe gesehen wie man es machen kann das ist aber auch also man kann sehr krass abkürzen danke genau ohja man kann es ja gerade ich habe es gesehen, aber das sind Videos leider sozusagen, weil wenn du es normal erkannst, dann kannst du so ne Meisterdisziplin machen also also, jetzt sind wir weg, warum auch immer ich glaube ich glaube ich glaube warte mal nein, das ist doch nicht dein Ernst ey ey, wer macht denn so ein Scheißrennen das ist doch du kannst es erlernen, ich habe es auch gesehen aber das macht auch ja, ich fand auch gar nicht wie er das gemacht hat da werden so x und dann ist er so weit geflogen so richtig weit äh, das ist ja eine Ahnung wie er das genau genau, der, der, der noch hier übeld abgekürzt der Kerl der war irgendwie weiß also, hallo ey, bock boost man ja, weil ich nicht ganz genau beim Boost war ach ne Leute aber ich habe die Runde geschafft klasse ich habe nicht ganz genau den Boost getroffen und deswegen hatte ich spülen nö ah na gut oh Gott sei Dank danke ja, wie soll ich das machen es kommt auch immer mehr, ne es hört sich auf nein so Milliarden Mal und oh Alter ja, es ist machbar ja machbar machbar ist es schon aber letzter ist es aber auch unmaßbar eklig das zu spielen natürlich wenn man den ganzen Booster nicht immer erwischt richtig und die ganze Zeit bin noch ekliger nein 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 ah Mensch es ist ja, es ist machbar auf jeden Fall ist es machbar aber es ist nur scheiße gemacht dann bleib ich auf ja, bitte ja, danke da ist auf einmal ein Ding was soll ich denn da noch machen das meine ich jetzt halt also ja, du musst aber unheimlich gute Reflexe haben und du musst die Stärke auch ein bisschen kennen und du musst unheimlich schnellere also wenn man da sagt, ich habe keine guten Reflexe der hat ja echt die Arschkarte der hat ja wirklich die Arschkarte ja, du musst halt wirklich weißt du nur so Reflexe du musst aber so einen Spiderman Spinnensinn haben ja ist wichtig dass du mir immer mehr in die Frette kackst du, Alter ohne Witz da noch Sprengstoff noch mal Sprengstoff wird gar nicht mehr auf also es ist doch mal gut es ist ein Spiel für Kinder Gott noch mal nicht für vom 1-Fahrer Alter, was ist denn das für eine Scheiße also wer also bitte also ohne Witz dieses Spiel sind sechs ab sechs ab sechs das hat man kauft jetzt wie im Prinzip ja auch ein Kind aber viel Spaß und der ist ja auch keine Szene die man sagen kann die machen wir mal ganz kurz ne so ne voll der ist ja auch keine Szene wo du saßt so gut als als ähm Elternteil naja dann mach ich jetzt kurz beim dieses Kind fertig aus Mickey Maus dann mach ich jetzt halt kurz das ist ja nicht schnell gemacht ne dann ist ja auch das Problem ja ich hab keine Ahnung hier wenn wir halt mehr den Speed haben ja irritier mich noch warte oh ja ich hab den lustig getroffen weil ich mich ein bisschen zu hart gemacht hab oh ja super oh aller drängt mich noch nicht weg du Arschloch danke ja drängt mich weg ja toll ja super äh wie ist denn das denn Rennen oh das ist doch kein ist auch kein Rennen das ist scheiße oh aller irgendwie witz sind doch äh äh wer denkt denn so das ist hab ich was für Kinder hm ich hab ein super ich hab ein super Entwickler auch ein super Kind zu Hause gehabt wo das Kind dann einfach auf einmal frei konnte was kann ich das noch boah ich hab doch tausendmal die Taste gedrückt aber ist ja egal ist ja scheißegal weil das Spiel entscheidet ob man Verlierer gewinnt ne das ist mir also oder wenn das ist mir zu blöd äh ne das ist es macht auch keinen Spaß ja man kann es erlernen aber es ist scheiße gemacht ganz ehrlich da bleib ich auch voll ja ich hab's eben besser an meinem bekommen aber es ist halt super scheiße gemacht also wirklich das ist halt Schrott es ist Schrott es ist Schrott ja so also weil du da auch ganz ehrlich wenn du da es ist ja auch so ne das ist ja ein Spielfehl also in Sibieringen das gibst du aber viel Spaß da und man selber ja vielleicht auch nicht weil wenn man nicht also wenn man zum Beispiel wenig wenig gamed oder gar nicht man muss ja nicht zu gamen ne selber ähm und dann ja dann ähm scheiße das Spiel weil das Spiel hat bis jetzt immer sehr einfach war eine sehr einfache hat jetzt nicht aber es es war okay sei es mal so scheiße ähm es war okay vom Schwierigkeitsgrad her klar klar manche boah okay aber es war immer so und dinge die man sagen kann naja ist komm ja gut hab keiner mit das eben gemacht habe das ist aber sehr professioneller das ist aber sehr professioneller halt durch da ist aber mal ballern wir mal dagegen genau man ballerst immer mal dagegen Kumpel hä wo ist es drüberspannen so oh Gott oh mein Gott oh mein Gott alter ohne will ja er zieht ja da als ob wenn ich einmal einen Booster passe mhhhhhhhhh F2X zurück aber egal ja hallo Leute oh Gott es ist mir eine große Ehre die diesjährigen Sieger der Intergalaktischen Hoverboard Meisterschaft vorzustellen Applaus für die Newcomer Ratchet & Clank hey das sind wir als Sieger nehmen sie heute den brandneuen Profi Platin Zoomerator Modell T15 mit dieser Hoverboard Antrieb der Firma Gadgetron bietet mehr Schubkraft Geschwindigkeit und Steuerungskomfort als alle anderen Antigraft Produkte auf dem Markt Tja Leute mehr Zeit haben wir leider nicht denkt daran heute Abend den Quark Klassiker Kanal auf dem Infobot einzuschalten Sie zeigen Luftkampf über der Todeslucht mit meiner Wenigkeit vielen Dank und einen Quarktastischen Tag ich habts oh Gott ich hab keine Ahnung wie ich das gemacht hab sag mich das bitte nicht auch den Sprung eben diesen dass ich so auch einmal so hoch war ich hab keine Ahnung es ist so scheiße ich hab keine Ahnung sorry er weiß ich nicht war das geil war geil eben das Rennen war schon ne das Rennen aber dennoch ganz ehrlich das Rennen ja aber du musst das ist ein bisschen irre also ja es funktioniert aber ne ne da ist es irgendwie als hättet man Mario Kart das fühlt sich an als hättet man Mario Kart kopiert oder ist einfach unfair und schlecht so fühlt sich halt an ne also bitte also das musst du halt auch ok dass ich das so schnell hinbekommen habe ok aber ernsthaft ähm das ist ein Spiel äh für Kinder irgendwo also weiß nicht also also ein Kinderspiel ja gut ich weiß ein Spiel ab 6 muss nicht für Kinder sein das muss man deswegen muss es kein Kinderfilm sein oder ein Kinderspiel sein je nachdem aber ab 6 bedeutet nun ja aber der Rest ist ja irgendwie doch auch also für beide Generationen zumindest ich finde ich finde es aber auch echt hart auch wenn man erwachsen ist also wenn man jetzt sagt ey ich bin so ein Gelegenheitsgamer der mal so ein Game zockt und dann machst du das da rein naja bist du ja bist du ja aufgeschmissen na gut ist egal wir haben es geschafft hoffentlich kommt es nicht nochmal obwohl ich bezweifle das war eben so stand ja mit mehr in den Rennen oh Gott das war zu scheiße oh Gott wirkliche Kacke wird also noch mehr im öfters kommen naja gut gucken wir in den nächsten Folgen ich danke fürs Zuschauen euer Paul ist ja ciao bis zum nächsten Mal da geht es weiter haut rein tschüss bis dann ciao bis zum nächsten Mal